hallo leute und herzlich willkommen ok dass mal die geisel hier tun ihr wisst was ich meine diesen bastardigen Bastard hier vorne äh beim Freien warum wird denn gekillt? auf einmal ja oh ne ne der lebt noch ja der lebt noch da lebst noch was ist eine Lüge? rot? sorry hab sich wieder verstanden ich kann nicht also was ich eigentlich sagen wollte herzlich willkommen zurück bei Darkseidus 2 vielleicht merkt man sie ja vielleicht auch nicht ich bin leider ein bisschen krank damit so gut wie keine Folgen ausfallen müssen dann mache ich hier den Hammer sehr gut au hey du Fiesling stufenaufstieg na endlich na endlich auf das habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet so jetzt können wir endlich die Krinn-Sensee einsetzen dann war da hier noch die Krinn ja äh war das die Krinn-Rüstung ja das ist schon bei der Krinn-Handschuhe und kriegen Schuhe und das sieht eigentlich cool aus man voll schnick und so gut und jetzt können wir als Waffe irgendetwas das schnell das langsam schnell und tödlich ist ohne oh Schuss auf kritische Treffer gut ablegen oh das haben wir schon an glaube ich ok schneller hm ne sorry alles zu lahm zu lahm zu lahm äh gut ich glaube ja ach ja der Fähigkeitspunkt muss ja auch noch verteilt werden hm ja ja packen wir es dahin dann gehen wir einfach weiter und schauen was wir so alles finden zum Beispiel diese kleine Tasche hier ah keine Ahnung für was aber ah so und aufmachen das Zeug hm ah da vorne ok gut dann müssen wir halt nur nach da vorne hingehen und dann haben wir es ja geschafft so und hinter dieser Tür erwartet uns der Tod hm ok ok schaden machen wir halbwegs guten würde ich sagen da da kann man zufrieden sein ah ok dann wollen wir mal von hier rein und da rein und rüberhüpfen so der ist tot hm 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 gut gut also aber für darüber reicht es leider nicht ganz oder nein das muss ich das anvisieren das weg machen hm jetzt da rüber äh am besten lade ich es ganz auf gut und ich hoffe ich habe es richtig ge nein 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 genau keine Ahnung warum es vorher nicht geklappt hat ah so einmal anvisieren dann jetzt volle pulle und gut wir höpfen einfach mal wild durch die Gegend das wird schon warte ist ein Drache ja ja mhm mhm gut dann mhm halt so das so ne gute Idee ist ha gerade noch gut gegangen gut ja wie kam das auf einmal keine Ahnung das ist einfach passiert einfach keine Fragen stellen mhm mhm gut dann möge es einfach weiter gehen mit Toten Tonnenweite Toten und noch mehr Toten oh ich glaube man merkt nur minim, dass ich krank bin ich glaube man merkt nur minim, dass ich krank bin Au Alter, du Quastard Au so also auf jeden Fall rechts rechts so ah er hat es noch überlebt ok auch noch aber kein Problem damit kommen wir ja schon klar, wir kriegen ja die ganze Zeit lebend zurück, wenn wir sich einbehalten auf sick kleinen bichser so blatsch 65 Otter und dann hätten wir alles gesammelt cross getötet was hier vor sich geht ich weiß jetzt wo wir sind die laterne laterne genau so nennt man das ding also brauchen wir nur wieder zu gehen mit der laterne und meiner laterne an meiner laterne und ich allein irgend so ein altes kinderlied aber wir werden es gleich sehen ich glaube das ist nicht ganz das was man machen sollte ich glaube der strahl sollte hierhin gehen genau falsche taste mein freund schon wieder die falsche taste so dann schauen wir mal perfekt gut ich wette dahinter ist der boss denn ich nehme an das sollte nicht ewig gehen das ist ja nur ein kleiner dlc oder eine erweiterung besser gesagt ich habe die nicht dazu gekauft weil sie ja schon die definitiv edition habe und ich finde das wortspiel immer noch so geil okay was haben wir hier oben es geht sogar noch weiter nach oben hätte das gedacht unmöglich okay hm sorry das husten kann leider nicht mehr weg bleiben es ist leider so aber ja es kommt davon wenn man krank ist wo noch denkt man sollte sachen machen für die leute damit es immer schöne videos gibt auf dem kanal aber ja so ist das leben neue schuhe aber ansonsten gibt es hier nichts neues oder wirkliches ist das erkennbar hoß gnochen gitan ein kurzer moment ich würde sagen das hier die scheiße der ist stark gut dann machen wir es halt eben so Was ist hier? Was? Wurde euch gesperrt. Na gut, na gut, na gut. Au. Verdammt. Äh, hier. Au. So, Moment. Tippo schlagen. Nochmal Tippo schlagen. Den falschen. Tippo schlagen. So fällt mir viel an. Ich will den großen Mann. Okay, jetzt. So, und jetzt noch mal Teleportschlag. Äh. Sorry. Ah, das nicht nervt. Weiß. Nervt mir auch. Au. Aber tot. Äh, nett. Äh, Turmschlüssel. Dieser Schlüssel öffnet den Eingang zum Turm. Ach ja. Verlies verlassen. Wir können den Verlies sofort verlassen. Aber ich will noch nicht. Ich will zuerst, dass wir wissen, was da drin ist. Ich kann nicht. Unmöglich. Keine Ahnung, warum das unmöglich ist. Ich kann nicht. Aber gut. Verlassen wir mal das hier. Und jetzt. Und jetzt. Sieh dich nach Belieben um. Ja. Ja. Also alles, was nicht so gut ist. Ach, alles. Hat denn das Geft? Nein. Und zwar ja, Morris. Ah, das ist so schwer zu sagen, was wir... Das ist eine Keule. Sorry. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Ähm. Okay. Gut. Das Verkaufen. Wir verkaufen aber auch den ganz anderen Rest. Die Kraft ist schon stärker. Aber sonst... Wir verkaufen einfach das Ganze. Damit wir nachher das Ganze Neue... Hm. Ja. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht was. Ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich krank bin, aber... Ich will niemanden... Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich spiele leider so jemand, der... Lieber keine Folgen ausfallen lassen will, aber... Das wäre hier wohl... Intelligenter. Oder besser, wenn ich... Ausfallen lassen würde, aber... Es ist so schwer. Aha. Okay, wie kommt man da hin? So, ich denke mal... Aufladen und dann... Äh... Wie soll das gehen? Hm. Äh... Ähm... Ah... Ja. Stimmt. So geht's auch. Nur für rüber zu kommen, muss man nicht unbedingt dieses ganze Zeug machen. Gut. Wir können auch einfach so rüber teleportieren. Noch mehr Rätsel? Hm. War fest von der Überzeugung, überzeugt, dass wir... Vielleicht zum Boss kommen. Dass es nicht so lange geht. Aha. Gut. Was haben wir hier? Ah ja, der Laserstrahl muss hier rauf klatschen. Oh. Ah, stehe. Stehe. So geht das. Das hat das heute genäppt. Unerfallsam. Du kannst nicht sehen. Aber... Wenn ich unerfallsam bin, warum... Ah, jetzt. Ich hab über... 80% Grit. Ich hab die Nerven mit ihrem Eis gedöhnt. Ich hab das getan und gewer... Wie nervig das sein kann. Und was haben wir hier drin? Was auch immer das soll. Nehmen wir an, es wird für das hier gepaukt. So, hier rein. Das ist ja schön und gut. Tötet ihn. Oh Gott. Tod. Ja, ja, ja. Ich bin da tot. Das ist ein Schmerz. Und noch mal. So, alle getötet. Alle bootst Frieden. Bla, bla, bla. So, in diesem Raum haben wir sonst nichts. Genau das wollte ich machen. Und es hat perfekt geklappt. Dann ist der Weg hier schon vorprogrammiert. Wir müssen dahin, wo es grün ist. Mann, 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 Mann. Die können aber nerven. So. Was haben wir hier Schönes? Ja, okay. Ah. So, Disney. Gut. Ja, okay. Hm. Jetzt kommt noch so einer. Au. So, tot. Der nächste, bitte. Mann, der kann ja nerven. Okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Das sollte ja nicht sonderlich schwer sein. Gut. Erstens einmal hier drauf treten. Und zweitens das. Und zweitens das. Viertens das. Viertens, äh, wollte ich... Ja. Es ist tödlich, da runterzufallen. Uhu. Sehr schön. Nun geht's hier nicht weiter. Oh, da ist die... Äh, die Laterne. Aber gut. Wir gehen einfach weiter. Wir machen einfach das Zeug, was wir die ganze Zeit machen. Mhm. Ähm. Warum sollten wir hier... Ah. Ähm. Doch, ne? Ähm. Ah, da oben. Gut, verstehe. Okay. Machen wir es so. Das ist ja mal... Hier rüberhüpfen. Und hochziehen. Zack. Und hier. Jetzt sind wir hier oben. Und von da haben wir eine... bessere Aussicht da auf... Da unten? Hä? Aber da waren wir doch schon. Okay, das ist alles unlogisch. Hä? Warte. Könnte es sein, dass wir... Nee. Uns zerteilen können wir auch nicht mal. Diese Fähigkeit ist in diesem Gebiet nicht möglich. Aber da rüber zu kommen... Das ergibt noch weniger Sinn. Und den den Tod zu fallen auch. So, okay, das habe ich. Und hier. Und hopp. Ah. So, also wenn das Ding da drüben ist. Ich verstehe. Ich verstehe. So, aufladen. Und jetzt rüber. Gut. So, jetzt. Fast wäre das knapp ausgegangen. Ja. So geht das. Hier nach oben haben wir uns verfrachten lassen. Das ist kein Problem. Und jetzt kommt... Gegner, oder? Ja. Meins. Ja. So. Okay. Den falschen. Den da war mein Ziel. Meins. Ja. Keins bis hin. Ah, er ist endlich klar. Und der keine Wiener mehr vorrufen konnte. Das ist hier noch nur halb so schlimm. Unmöglich. So. Schlichtschuhfahrt. Dies wird ein Wärm. Hm. Gut. Dann hier. Bitteschön. Ich kann nicht. Mhm. Gut. Wir haben alles getötet. Also ist gar kein Problem. Was haben wir hier? Hier. Gut. Ich würde aber sagen, das war es für diese Folge. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.